Ihr könnt euch den Rappen durchsteigen. Einmal ganz normal hier. Durch. Auch mal durch. Springen. Oder mit Beinbein. Vielleicht wieder rückwärts. Steigen. Einmal springen. Füßen hoch. Dann kommen wir natürlich rein. Hier. Und wieder raus. Füllen zum Beispiel. Noch mal. Und die Hand rum. Reingreifen. Zur Seite. Und wieder raus. Viel schneller. So. Hier raus. Dann von einer Seite zur anderen Seite. Steigen. Hupen. Runter. Hier vorne zum Beispiel. Hier runter. Dann könnt ihr auch einüpfeln. Wieder raus. Auch vorwärts mit einem. Oder ganz rum. Oder zum Beispiel reinnehmen. Das Bein. Hochziehen. Anfassen. Durchsteigen. Schritt nach vorne. Das gleiche nochmal. Hochziehen. Anfassen. Nach vorne. Jetzt kommen wir wieder in den Reifen rein. Und dann wieder raus. Und dann wieder raus. Hier rein. Dann könnt ihr hier zum Beispiel das Einflug raus. Da. Da. Hier. Da. 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 Da.